Herzlich willkommen zu der Serie Glaubenssätze im Handwerk und wir wollen heute über einen Glaubenssatz reden, den sehr, sehr viele Handwerker haben, was ihr als Lebenseinstellung sehen, nämlich das Thema, ja, es muss auch mal gut sein, man kann nicht immer nur wachsen, es kann nicht immer noch vorangehen. Und was soll ich dazu denken? Das erfährst du gleich. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Video. Ich bin immer noch Alex und das ist immer noch Marvin. Hallo, hallo. Und wir schauen uns jetzt mal an, was diesen ganzen Glaubenssatz, es muss auch mal gut sein, ich muss nicht weiter wachsen, es geht mir doch gut, was diesen Glaubenssatz angeht und wie man das Ganze generell betrachten sollte. Also erstmal ganz grundsätzlich bin ich sehr, oder finde ich im Handwerk immer sehr gut, dass die Leute halt wirklich nicht diese Mentalität haben, ich muss jetzt morgen, übermorgen, übermorgen mein Unternehmen verfünffacht haben, also die meisten, es gibt Leute, die so denken, was auch okay ist, aber dass das Handwerk da in dem Fall ein etwas, ich sag mal, realistischer Wachstumsziel hat, wenn überhaupt Wachstumsziele da sind, finde ich erstmal grundsätzlich gut. Ja, die meisten Handwerker, denen ich so begegne, also die meisten Partnerbetriebe auch, die sagen, hey, ich will mich eigentlich auf mein Handwerk konzentrieren, ich will, dass es uns gut geht, ich will, dass wir nicht viele Probleme hier im Alltag haben, dass alles reibungslos läuft, dass unsere Kunden ultra zufrieden sind, dass meine Mitarbeiter happy sind und dass wir einfach entspannt unser Handwerk hier machen können. Das ist einfach so der Ansatz, um den es hauptsächlich geht. Genau, und das ist auch eine Sache, die absolut sinnvoll ist und ich finde, man sollte an der Stelle nicht Wachstum und Entwicklung verwechseln. Eine Firma muss nicht wachsen, das ist nicht notwendig, aber sie sollte sich weiterentwickeln und bei ganz vielen Handwerkern wird das Ganze gleichgesetzt. Wenn ich da sage, hey, also ich rede mit, ja, sicherlich jeden Monat 10, 20 Partnern, wo es darum geht, wie kann man die Firma effizienter aufstellen, die Prozesse effizienter aufstellen. Und ganz viele sagen dann nicht, ja, ich will aber doch gar nicht wachsen. Ich sage auch, nee, es geht doch gar nicht um Wachstum, es geht darum, dass der aktuelle Betrieb nochmal ein bisschen runterläuft, weil du kommst mittelfristig, kurzmittelfristig in dieses Thema Personalmangel rein, wenn du nicht schon drin bist. Und in dem Moment, wo du Personalmangel hast, geht es darum, wie effizient sind deine Prozesse, wie viel kannst du den Leuten tatsächlich bezahlen, bist du kompetitiv immer noch, kannst du mit Leuten, die vielleicht nur durchschnittlich begabt sind, trotzdem einen guten Job machen. Und wenn du das nicht alles als Ja beantworten kannst als Handwerker, dann hast du Potenzial, ohne wachsen zu müssen, trotzdem den Betrieb besser aufzustellen. Es geht ja auch darum, die Leute, die jetzt bei dir sind, wenn die zum Beispiel die ganze Zeit auf dem Zahnfleisch gehen und einfach da die ganze Zeit komplett ausgelastet sind und es nicht möglich ist, irgendwie neue Bewerber zu bekommen oder auch effizient zu arbeiten oder die Arbeit, die ihr macht, da schleichen sich Fehler ein oder die Leute laufen einfach auf der Höchstauslastung, dann können solche Leute auch schnell weggehen. Das heißt, das ist vielleicht jetzt gerade kein Thema, aber es kann halt sein, dass die Leute dann abwandern und es ist halt auch einfach nicht so attraktiv, dein Betrieb für neue Leute, die zu dir kommen, vielleicht auch sogar jüngere Leute, wenn jetzt ältere Mitarbeiter hin und wieder dann aus dem Unternehmen ausscheiden, ist es für jüngere Leute gar nicht so attraktiv, zu einem Betrieb zu kommen, der halt im Jahr 1990 irgendwie stehen geblieben ist, wo es keine digitale Baustellenmappe vielleicht gibt, wo die Abläufe irgendwie nicht optimal sind, wo es einfach ein bisschen unentwickelt ist. Ja genau und es geht jetzt auch nicht nur darum, alles zu digitalisieren. Das ist sicherlich ein Schlüssel für viele Punkte, für viele Probleme, aber Digitalisierung ist am Ende nur ein Tool. Es geht vor allem darum, dass du dir als Inhaber der Firma, ich sage jetzt mal wirklich bewusst Inhaber, nicht Unternehmer, als Inhaber der Firma auch mal die Zeit nimmst, unternehmerisch tätig zu sein, auch mal die Zeit nimmst, von mir aus eine halbe Stunde am Tag, dich wirklich nur damit zu beschäftigen, wie kann ich meinen Betrieb nochmal ein, zwei Prozent effektiver machen. Und wenn du dich jede Woche damit beschäftigst, jede Woche ein, zwei Prozent Effektivität vielleicht auch rausholst, dann wird dein Betrieb besser, ohne dass du wachsen musst, ohne dass du neue Leute einstellen musst, ohne dass du neues Bürogebäude brauchst, dann musst du auch nicht mal theoretisch im Marketing viel machen, auch das ist natürlich immer ein guter Hebel. Aber letzten Endes ist es so, dass du einfach in dem Moment, wo du dir sagst, nee, also es geht uns doch gut, wir müssen jetzt nicht irgendwie uns weiterentwickeln, an der Stelle merkst, nee, warte, das ist falsch. Wir müssen uns weiterentwickeln, wir entwickeln unsere Produkte weiter, wir entwickeln unsere Arbeit und Dienstleistung weiter, wir sollten auch unser Unternehmen prozessseitig weiterentwickeln und wir sollten dafür sorgen, dass wir effektiver werden, weil sonst haben wir in Zukunft keine Leute mehr, Punkt. Ob du willst oder nicht, egal wie ausgelastet du dann bist, das ist komplett egal, du kannst dir einfach keine Mitarbeiter dann mehr leisten, weil andere Betriebe in der Lage sind, bereit sind, weil sie sich weiterentwickelt haben, viel mehr zu bezahlen. Wenn du jetzt natürlich sagst, ey, du willst sogar wachsen, klar, dann brauchst du das auf jeden Fall, dann ist da gar keine Frage, dann muss das sein, weil Wachstum immer Geld kostet, wenn dein Unternehmen wächst, wird es im Regelfall ineffizienter. Wenn es genauso aufgestellt ist, wie es ist mit zehn Leuten und mit hundert Leuten, dann ist es bei hundert Leuten wahrscheinlich nicht mehr ertragbar, außer es war mit zehn Leuten schon super effektiv, aber es wird trotzdem ineffizienter mit hundert Leuten sein, zwangsläufig. Und nach der Prämisse bei Wachstum brauchst du das ehemals Basis, aber selbst wenn du nicht wachsen möchtest, beschäftige dich trotzdem damit, weil die anderen werden es tun und dann geht es nicht mehr darum, wer macht jetzt den schönsten Stuhl, wer macht das schönste Terrasse, sondern dann geht es wirklich darum, wer kriegt das Ding am schnellsten, unkompliziertesten hingestellt und dann wird es auch am Ende im Verhältnis am schönsten aussehen, weil ich mir genug Zeit nehmen kann dann dafür. Also von daher bitte wirklich diesen Glaubenssatz bei dir aus dem Kopf streichen, wenn er drin sein sollte, es muss auch mal gut sein, es ist alles in Ordnung, es geht nicht darum, jetzt viel mehr Umsatz zu machen, viel mehr Geld zu verdienen, es geht darum, dass du die nächsten Jahre dich in eine Situation bringen kannst, in der das, wie es jetzt die letzten Jahre gelaufen ist, wenn dir das gefallen hat natürlich, wenn nicht, musst du eh was ändern, auch so weiterlaufen kann. Weil alles in der Natur, was nicht wächst, schrumpft zwangsläufig, allein weil die anderen Sachen wachsen und Platz wegnehmen. Das ist klar, weil jetzt nochmal, um das Ganze abzuschließen, du kennst das ja auch, du hast da einen Strauch und in den Strauch geht ein Unkraut rein. So, dieses Unkraut nimmt sich immer mehr Platz von dem Strauch. Der Strauch, der muss nicht wachsen, der kann wachsen, das ist am besten natürlich, weil sich dann wieder mehr Platz von außen holt, aber wenn der Strauch nicht wachsen soll, das Unkraut nimmt den Platz weg, dann ist er weg irgendwann, auch wenn er nicht mal was dagegen getan hat oder dafür getan hat. Ja, einfach nur so geblieben ist, wie er ist. Exakt. Und deswegen, mach dir das auch klar, die Konkurrenz wird sich weiterentwickeln, entwickel du dich auch weiter und sei lieber proaktiv, warte nicht, bis die Sachen gefühlt schon an der Tür stehen und dagegen schlagen, sondern wenn die Sachen schon auf dem Weg zu dir sind, kümmere dich, dass sie dann, wenn sie ankommen, gut empfangen werden. Die ganzen Problemchen, die du jetzt schon siehst. In dem Sinne, der letzte Teil der Serie ist wieder hier verlinkt und lass gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, schreibe auch gerne in den Kommentaren, was du davon hältst. Wir sehen uns im nächsten Video auf jeden Fall wieder. Bis dann.